Was schreibt ihr denn so? Turnier gerade Möchte jemand bei uns zugucken? Er ist bei uns Ja, lad mal einen Ja, lad auch einen Fuck Wer Aua Entweide Mela Bani Alter Schwede So Das ging schnell Geht mir echt die Düse Ah Balpine Peaks habt ihr? Mhm Okay Ja, Glückwunsch, ne? Okay Und los Airstrike online Artillery Strike online Intrins An Affiliate Parade effective 材sea K Entschuldigt mich, Patsch, ich höre mich nicht, dass ich hier hinbekomme. User joined your channel. User joined your channel. Jo, erstmal ein GZ. Ist Exerion gegen Mod schon gelaufen? Nee, machen jetzt. Seid ihr schon in Überfecht? Ja. Schlimp, hier wird es wieder der Umweg über den unteren Baum. Ja. 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 Dann AXERION gegen MOD oder CHRISTOPH Oder ist das schon durch? Ne, wir warten noch Weil der KNOCK und CHRISTOPH gerade drin sind Wir sind aber schon auf der selben Karte, ne? Ja Und CHRISTOPH ist der Rechner aufgeschmiert, oder? Im Moment spielt er gerade Wir wollen ja Okay Alpine Peaks sag ich nur Alpine Peaks Ach du, wir schaffen es hier gerade auf Frozen Chittiums nicht zu finden Ach, ich hab dich schon mal gefunden gehabt Was denkst du denn, warum dein Abendgeld ist? Ja, stimmt Ich hab keinen In-Game-Sound Ich hab keinen In-Game-Sound Es ist der Roman, der könnte auch irgendwo dagegen gelaufen sein Oh, fuck Ach du scheiße, ihr nackt die Kördrechte Also ehrlich, jetzt mal Spectator Mode ist ja echt ätzend Genau Genau Weil ich jetzt zu deiner UAV hinkomme Ja, genau Beck dir das vorgeil Ne, du musst Die da dran ist die Fresse zu halten Schöne Die da Ooption Ja, ich habe deinen Ooption Die da Glaubst du, dass ich zu deiner komme, oder wie? Ich fände schon ziemlich cool, wenn du es einfach nur abschießen würdest. Weißt du, mit diesen schönen blauen Laserstrahlen, wo ich dann verrate, wo ich bin? Ja, genau die! Oh, du hast blaue Laserstrahlen drin? Ja, hat er. Ja, hat er auch. Das ist ja auch heiß hier. Ja, das ist Roman. Roman rennt auf keiner mehr gegen den Berg. Eben auf Horst Kolonie gesehen. Oh, 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 oh. Wer ist denn hier so laut? Ah! Ich muss mit Bedauern mitteilen, dass eine Packung Celebrations von uns gegangen ist. Man hat es gehört. Wir werden jetzt andenken... Alter Falter ey! Ja! Äh, also Cameron ist im Sprügel. Ja! Fuck off! User joined your channel! Wo? No! No! Mott wer war denn bei euch? Der Halter des... Der Halter des... Der halter des... Der Halter des Max mit dem... Amtlichen kennzeichen. Go to hell. Jetzt soll ich bitte in der Lobby melden. Genau. Puh. Ja, Mädels. Oh, alter Schwede. Wie wär's heute weitergehen, du Idiot? Mann, da sind hier Lobbykämpfe. Die sind alles Idioten. Ich würde sagen, wir laden uns jetzt mal den Axarian in den Mod ein und machen denen ihr Gefecht machen. Ja, Axarian hat schon einen Mod, muss man auch in der Lobby rausnehmen. Für mich war es unfair, dass ihr zu mich haben. Ach, Axarian, hast du schon eine Lobby? Nee, 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 hab ich nicht. Aber wir haben euch eingeladen. Ihr seid jetzt live auf dem Fernsehen. Ja, das war. Ich durfte die Mama gerüchten. Bei Moth mit Reino. User left your channel. So, if... Wie komm, komm schon wieder, kommst du bitte? Nee. Nee, nee, nee. Wir fahren auch. Wir rücken ihren Bock, du meine Zeit. Wir rücken ihren Bock. Oh, mach die Krabbe doch echt Spaß. Im 90er, ha? Mhm. Ja, dann mal viel Erfolg. Okay. Wir haben doch Caustic Valley haben wir jetzt. Ja, Caustic Valley haben wir jetzt. Was ist ein Melinda? Was ist denn Melinda? Was ist denn Melinda? Was ist denn Melinda? Unglaublich, aber das ist jetzt tatsächlich erst das zweite Mal, dass ich dich sehe, D-Mail Sehst du? Wohl nicht, nicht, nicht Wohl, ich glaube, auflösen Ja, D-Mail, den hast du wunderschön gewonnen D-Mail 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 Warum bist du nicht abgehauen? Du hattest schon gewonnen D-Mail 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 Vielen Dank.